Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge Super Meat Boy Shadow World, habe ich es jetzt glaube ich genannt, mit mir dem Nico hier auf StevioTV und genau, Super Meat Boy in Shadow Version sozusagen. Ich glaube wir waren hier im Hospital, eigentlich heißt es ja Dark World, aber ich habe überall Shadow World drauf geschrieben und na, habe ich jetzt halt so gemacht. So, hier, das war das letzte. Ich habe auch ein paar neue Charaktere, also den da zum Beispiel oder das da, habe ich wieder ein bisschen gespielt ohne aufzunehmen, aber, ach ja, habe ich das nicht geschafft, das Level. Oh, scheiße. Äh, ja. Ich habe mich sogar jetzt gegen den Death Counter entschieden, äh, weil ich, habe ich das nicht geschafft? Ähm, achso, nein, genau das. Oh, scheiße. Ähm, ja, ich habe mich gegen den Death Counter entschieden, weil mir das langsam zu viel Arbeit wird. Weil ich muss halt jedes, boah, jede Aufnahme, jedes Ding nochmal genau anschauen und jeden einzelnen Tod. Oh, scheiße. Äh, jeden einzelnen Tod auch noch, ups, auf, oder nicht aufschreiben, aber dann die Zahl verändern und es ist mir jetzt einfach zu viel. Vor allem, ihr seht ja, wie oft ich sterbe. Hopp. Und da mache ich es lieber ohne. Oh, oh, scheiße. Oh. So, und wir sind immer noch in dem Level und irgendwie bekomme ich das gerade gar nicht hin. So, da hoch. Und da runter. Und da rüber. Scheiße. Ich habe eigentlich auf springen gedrückt, aber... Oh, Gott. Da rüber. Und da hoch. Ich habe schon wieder auf springen gedrückt, aber er springt nicht. So. Wow. Oh, mein Gott, ich schaffe es doch auch irgendwie immer genau dann zu springen, kurz bevor der Laser weg geht. Aber während er immer noch da ist. Da, 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 da. So, jetzt. Ich bekomme das jetzt endlich mal hin. Ja. So. Geschafft. Oh, Gott. Runter. Wuh. Okay, okay, okay. Jetzt nach rechts. Lol. Da hätte ich gedacht, das geht schon früher weg. Rechts. Runter. Links. Runter. Wohin? Rechts. Ja. Oh, Gott. Wolltest du mich verarschen? Ja, genau. Wie soll das gehen? Wow. Wo muss ich als nächstes hin? Da oben. Ja, genau. Rüber. Rüber. Scheiße. zu weit. So. Wo jetzt hin? Nein! Oh, da habe ich verpennt, dass da auch ein Strahl ist. Oh, lol. Rüber. Oh, Mann. Sprechen. Rüber. Sprechen. Oh, Mann. Puh! Oh! Oh, Mann. Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann. Lass mich da rüber. LOL. I'm a genius. Oh Gott. Das ist ja ziemlich verarscht. Nein! Hoch! Nein! Gang, 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 gang. So. Jetzt wieder runter. Jetzt nach links. Jetzt hoch. Nein! So, runter. Und da hoch. Ah, komm schon. So. Ah, gut. Mit Abfluss. Und... Boah. Toddy spielt Brutal Legend. Süß. Okay, da rüber. Jetzt haben wir den Schlüssel. Gehen wieder zurück. Gehen da durch. Boah! Boah! Wo lang? Geh weg, du blödes Viech. Oh, oh. Es kommt zurück. Es kommt zurück. Ah! Schlüssel. Da drüben. Also. Das ist ein Ventilator. Haha, ein Ventilator. Ach, das ist das Level. Nein! Boah, ich habe überlebt. Oh, oh. What? Ja! Ach so, das war schon das. Ja, da haben wir den Hospital fertig. Dann kommt als nächstes die Salt Factory. Gut, dass ich gerade vorhin noch alle Level auf A plus gespielt habe. von dem Level. Damit ich alle in Dark World, beziehungsweise ich nenne es Shadow World, machen kann. Mein Gott, die Anzeige da unten geht jetzt auch langsam auf den Sack. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Boah, ich muss da... Ja, wir wissen es langsam. Was, Nosti? So. Was? Boah. Darum muss man nur einen Schlüssel holen. Ja genau, weil ich aus dem Bildschirm rausgekommen bin. Da ist es ganz böse Und da stirbst du gleich Ich mir dachte, ich bin schlau und springe da drüber Aber Das Spiel sagt, nicht mit mir Oh Gott Boah, nee, jetzt komme ich da wieder ewig nicht durch Ach Gott Okay Wetten ich, boah, jetzt noch irgendein Mist Ja Boah, jetzt hatte ich Standbild Schon wieder Was ist denn los Boah, schon wieder Hört auf damit Das ist nicht fair So viel Fleisch an den Zahnrädern Äh, Zahnrädern, genau Sägeblätter Ich hab das gar nicht berührt Kann ich eigentlich Moment Hm, ist das einfacher? Ich glaube nicht Ich will das trotzdem mal probieren Aber ich es schaffen kann Oh Gott Wow Ja Rüber Scheiße Na gut, dann werde ich die Folge hier aber beenden Und sag bis zum nächsten Mal Ich hoffe es hat euch gefallen Und tschüss Ich gebe dir als Teg Ich hoffe es hat euch gefallen Ich hoffe es hat euch gefallen